einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen unboxing ich habe ein päckchen aus china bekommen das gibt es aber auch in deutschland also aber es war gerade deutschland nicht lieferbar von sie zu ich hoffe ich spreche es richtig aus die haben eine kamera auf den markt gebracht und habe ich gefragt ob ich die mal testen wollen würde die wäre vielleicht für meine community ganz interessant und zwar eine die heißt hallo oder so oder hat den buchstaben oder soll ich auf hallo reagieren ich habe keine ahnung die heißt hallo wirklich und das ist eine standkamera also das seht ihr jetzt schlecht ich hoffe dass man dazu deswegen habe ich die kamera ansicht jetzt als erstes genommen dass ihr das hier so seht das ist oder und hier oben bewegt sich dieser von vom design her recht geil aus oder gesagt die doch das würde ich gerne mal testen so hat hat ich noch nicht in meinen händen und das würde gerne mal testen wie sich das schlägt und freundlich wie die videoqualität ist ja dann würde ich sagen wechseln wir einfach bei die unboxing ansicht und gucken uns das an hardware video wird natürlich dann am pc sein wenn wir sie einrichten und mal gucken wie sie sich so schlägt so und jetzt sind wir auch schon am pc in der unboxing ansicht ich mache die mal längs damit man das besser sieht ich habe sie noch nicht ausgepackt habe sie mir noch nicht angeguckt ich habe darauf gewartet dass ich das mit euch zusammen machen kann ich sehe doch nichts zu hallo quick start guide ja doch dass die hallo also der oder er oder doppel hallo heißt die und ein quick start guide haben wir mit bei wir haben ein usb c kabel mit bei und die kamera mit stand fuß so ich lege es aber hinteren die wollte natürlich logischerweise jetzt ein bisschen weg aber dass ich euch das zeigen kann wir haben mich hier unten ein stück land wir haben hier unten den usb c kabel da die plattform die kann sich dann halt drehen und dann 80 grad steht auch hier hoffe das könnte könnte halbwegs weit spiegelt so ein bisschen da ja sonst habe ich jetzt wieder schlecht aber hier schön gummi vier stück drei stück 123 für schön stand so ich super wieder raus dann auf der rückseite haben wir hier hier glaube das ist ein mikrofon für mikrofone ja wochen grün ja wochen ich weiß nicht ob das ein knopf ist macht jetzt gerade nix müssen wir uns angucken ja weil der die kamera also eine von zwei die kann sich auch drehen und beigen nur dagegen die kann sich drehen wie hier ist denke ich weil das mikrofon drin also zwei kameras in einem stadt fuß doch die kann sich auch drehen und habe ich so gespannt die große linse aus und beide große linsen aber das ist aber so komplett sieht nicht viel schnörkel soll kommen wir mal und die lugs anleitung an dass wir gucken wo die auf geht hier krieg start geld schnell start anleitung seite 10 ist deutsch 30 grad macht also die obere die ist 30 grad ich klicke noch mal kurz hin so dass er das sieht die hier geht 30 grad nach links und nach rechts das untere 180 grad kannst drehen und die obere die hier kann sich um 270 grad drehen wir verbinden es einfach nur mit dem usb typ c mit der kamera und dann mit dem pc download software da müssen wir dann auf die webseite und die software downloaden die haben auch noch andere sachen was mit kameras zu tun hat so dass er wieder die hallo cam kamera auswählen also hl series und die ist hallo kamera dann windows oder mac da die war natürlich bedarf scheint alles jetzt einfach zu sein die software installiert und dann haben wir so das software wo man einstellen können da müssen wir gucken wie umfangreich die ist über so was du hast du dich gesehen ja man einfach kuh usb video classic ich bin auch auf die auflösung gespannt ja das war schon zum quick start geld also scheint wohl ganz schnell und unkompliziert einzurichten zu sein das werden wir uns angucken ich bin sehr 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 gespannt vielleicht könnte ich wenn die gut ist kann man die als ersatz muss ich gucken wo ich sie positioniere die wäre halt ganz gut eine kamera für mich und die andere könnte man dann als katzkamera steuern kann man ja sind separat wahrscheinlich steuern dass sie dann auch nach vorne neigt oder so dass ihr den tiger sehen könnt und wenn er sich wieder mal auf den tisch liegt und er direkt vor mir zum zocken für die kleine kamera weil ich mit der logitech ja nicht mehr zufrieden bin dann wisst ihr ja die software von logitech ist beschissen geworden und wenn die jetzt gutes bild macht könnt ihr die als übergangskamera oder als neue kamera erstmal herhalten ihr wisst ja dass ich mir die egato holen will für euch dass ihr eine bessere qualität habt und da sind halt nicht mehr so viel sparen gibt aber ich bin gespannt ich bin mal sehr sehr gespannt wir werden sehen uns gleich wieder würde ich sagen also für ein unboxing wartet jetzt erst mal wenn ihr da noch fragen habt in die kommentare posten wir sehen uns gleich im hardware video wieder wenn wir das erste mal anschließend und testen werden ich bin schon sehr sehr gespannt bis dahin sagt euer odin und 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 und